Hallo und herzlich willkommen beim Young Info Day. Ich melde mich hier aus dem Jugendhaus Kasaneum in Brixen. Verschiedene ehrenamtliche Jugendvereine stellen sich heute vor und geben einen Einblick in ihre Tätigkeiten. Angesprochen werden besondere Kinder und Jugendliche, die neben der Schule noch Zeit für Freizeitaktivitäten haben. Mit dabei sind das Jugendzentrum Kas, Centro Giovanni, Centro Giovanni, Connection Weißes Kreuz, Jugend, AVS. Unter anderem ist auch das Dfz Brixen vertreten, wo ich gerade dabei bin, von einem Tele-Rom zu lösen. Das Dfz bietet nicht nur Theater-Rom-Shops, sondern auch eine Videowerkstatt an. Und die ist sogar erfolgreich! Hier seht ihr einen Ausschnitt. Und hier sind wir wieder! Blaukaut bleibt Blautkraut und Brautkaut bleibt Brautkaut. Unsere rasenden Reporter sind unterwegs und fangen Stimmungen und Meinungen mit der Kamera ein. Was gefällt dir da beim Weißen Kreuz? Beim Weißen Kreuz gibt es ganz viele Sachen. Mir gefällt am besten, dass man ganz viel mit Leuten zu tun hat. Man lernt alle wieder neue Leute kennen und man kann ihnen viele Leute helfen mit der Arbeit. Also ich bin da heute Vertreterin für die katholische Jungschar Südtirols, für die südtirols-katholische Jugend, für die SKJ und für den Jugenddienst Dekanat Brixen. Ich bin für drei Vereine heute. Ich bin für drei Vereine heute. Und was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit bin ich viel mit der Feuerwehr unterwegs. Und ja... Live-Feierwehr. Live-Feierwehr. Ja, und ist Wochenende alle Feierwehr? Schon fast. Was gefällt Ihnen da am besten? Das DPZ natürlich. Und was gefällt Ihnen beim DPZ am besten? Ganz ehrlich, die Pinken Labelände sind volle cool. Also ehrlich, Heimat-Drama-Queen. Ich finde das volle cool. Was dienst Sie in Ihrer freien Zeit? Leittheater spielen. Die ganze Zeit. Was ist Ihr Hobby? Theaterspielen. Was ist Ihr Lieblingsessen? Jetzt früher hätte ich gesagt Pizza. Was sage ich jetzt? Rührei mit Rührei. Mit Zucchini. Whiskey-Mixer. Mixed Whiskey in ein Whiskey-Mixer-Glas. Und sehnsame Ziegen ziehen zehn Zentner Zucker zum Zoo. Und das war's vom Young Info Day 2016. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bye-bye. wojbänbäscher-Glas. Ciao. Ciao. Bye. unde